23.09.2019, es ist also heute der Tag, wo die Bucked Exchange live ging und die Reaktion des Marktes war eher ernüchternd, weil die Reaktion eigentlich so gut wie nicht vorhanden war. Wir haben jetzt in der New York Trading Session einen leichten Spike der Volatilität gesehen. Der Markt hat kurz versucht abzuverkaufen, wurde aber direkt wieder hochgekauft. Und auch wenn es für mich nicht wirklich überraschend war, dass wir am Launch Tag der Buck Exchange nicht direkt ein Milliarden Volumen sehen werden, kam heute und am Tag dennoch bei vielen Marktteilnehmern öfter die Frage hoch bzw. öfter die Enttäuschung hoch, warum denn nur eine Viertel Million getradet wurde. In diesem Video möchte ich euch generell einen kurzen Einblick geben über die aktuelle Marktlage, gerade auch kurz nochmal das Thema Buck beleuchten, den Launch Tag beleuchten und einen kurzfristigen Ausblick über diese Woche geben. Was mir in diesem Video heute sehr wichtig ist, ist, dass ich das Video so kompakt wie möglich gestalte. Das heißt, das Video soll nicht über 10 Minuten dauern. Ich habe öfter das Feedback bekommen, dass die letzten Videos teilweise zu lang waren und ich möchte das Ganze besser strukturieren. Denn es gibt sowohl die Seite, die sehr gerne lange Videos hat und die sehr gerne längere Erklärungen hat, also mehr ausschwerfende Videos, aber auch die andere Seite, die einfach nicht die Zeit hat, ein 30-minütiges Video zu sehen. Dementsprechend möchte ich am Wochenbeginn immer mit einem kurzen Update beginnen, einem kurzen Marktupdate, einer kurzen TA und einem generellen Ausblick, auf was ich die Woche so schaue, die generellen News und einfach einen generellen Roundup, mit dem man sehr gut in die Woche starten kann. Das zweite Video der Woche sollte dann einfach so sein wie die bisherigen Videos, das heißt, ziemlich ausführlich, ziemlich lang, Themen beleuchtet, die sonst nicht so beleuchtet werden, Erklärungen, Tutorials, generell zum Trading allgemein, zur technischen Analyse oder einfach zur allgemeinen Wissensbildung im Bereich der Märkte und der Analyse. Ich hoffe also, euch gefällt das Format so oder ihr könnt euch mit diesem Format anfreunden. Ich denke, es ist für die meisten die beste Lösung, die ich so wählen könnte. Und ich würde sagen, um das Video auch so kompakt wie möglich zu halten, beende ich jetzt das Intro und wir gehen direkt zum eigentlichen Video. Und wie ihr aus dem Titel entnehmen könnt, sprechen wir jetzt über das Chartmuster, das momentan wohl absolut jeder einzeichnet, sei es jetzt TA-Analysten oder einfach normale Marktspekulatoren, die sich sonst nicht so mit Charts beschäftigen. Dieses Dreieck hat momentan wirklich absolut jeder am Schirm. Und wir haben uns in einem Video ja schon mal genauer mit den Mechanismen der Dreiecke beschäftigt, deswegen gehe ich darauf jetzt nicht mehr genauer ein. Im Prinzip ist das Muster immer noch das gleiche, nur wird es hier am Ende jetzt immer enger. Gezeichnet ist dieses Muster von immer tief überwendeten High-Sarm-Charts, das heißt, die Bullen schaffen es nicht, hier diesen Breaker zu schaffen, was ein Zeichen für Schwäche ist und was auch ein Zeichen dafür ist, dass mittelfristig die Bären unter Kontrolle sind. Auf der anderen Seite haben wir diese Lows, die jetzt noch halten, die jetzt schon das erste, zweite, dritte und vierte Mal gehalten haben und wo jetzt natürlich die Frage ist, wie lang diese Lows noch halten können. Und hier kommt auch schon ein entscheidender Stichpunkt ins Spiel, nämlich die generelle Massenpsychologie auf den Märkten. Wie ihr es selber sicher schon mitbekommen habt oder wie ihr es selber des Öfteren sicher schon beobachtet habt, passiert meistens das Gegenteil von dem, was die Masse ausgeht. Und hier haben wir jetzt eigentlich wieder so ein klassisches Beispiel dafür. Es wartet wirklich fast jeder auf diesen bearischen Bruch nach unten, da wir einfach so eine schöne Chartformation haben. Wie gesagt, die Märkte sind aber im Regelfall nicht dafür bekannt, die Masse zu belohnen. Also es ist für mich schon mal ein Zeichen, hier vorsichtig zu bleiben und hier sehr achtsam zu bleiben auf die nächsten Bewegungen, vor allem in dieser Woche und vor allem auch am Ende nächster Woche. Auf TradingView habe ich nämlich auch einen sehr interessanten Vergleich gesehen, der sich ziemlich mit meiner Meinung deckt. Wir haben nämlich im Jahr 2017 bereits eine ähnliche Chartkonstellation gesehen, die dann zwar zu diesem erwarteten Abverkauf geführt hat, aber dann, wo die Leute wirklich bereit waren, dann wirklich bearish zu werden, als wir nämlich diesen Support hier erreicht hatten, kam der Markt direkt zurück und ging direkt wieder über diese Trendlinie. Das heißt, die Short-Seller, die hier short in dem Markt sind, wurden alle wieder ausgestoppt. Was heißt das jetzt konkret für unseren Fall im Jahr 2017? Natürlich, die Zeitlinie ist anders, das Verhalten ist ein wenig anders. Im Jahr 2017 waren wir bereits über einen neuen All-Time-High. Das heißt, wir waren bereits in diesem übergeordneten Bull-Markt, während wir jetzt eigentlich noch in einer Korrektur sind, theoretisch des Bull-Marktes, wobei das für mich dieser parabolische Anstieg eigentlich schon der Beginn eines neuen Marktzyklus ist. Aber wir haben hier das alte All-Time-High gesehen und wir sind jetzt hier unter dem All-Time-High. Als dieses Muster im Jahr 2017 passiert ist, waren wir ja schon über einem neuen All-Time-High. Das heißt, ihr müsst wirklich immer auf den Kontext aufpassen. Auf was ich aber generell spekuliere und auf was ich wirklich sehnsüchtig warte, ist, dass wir endlich diese Lows aus dem Markt nehmen, um endlich die Käufer, die dauernd hier in den Markt gekommen sind und die dauernd den Markt hier oben gehalten haben, aus dem Markt auszustoppen und für die nötige Liquidität der größeren Marktteilnehmer zu sorgen, um diesen Markt endlich wieder in einen Trend zu bringen. Und konkret stechen wir hier folgende Punkte ins Auge. Wir haben einmal diesen Support etabliert bei 7.400. Das Ganze klingt jetzt natürlich ein wenig weit entfernt, aber es ist dennoch im Bereich des Möglichen, da dieser Support hier wirklich sehr, sehr stark gehalten hat. Wenn wir uns das hier genauer ansehen, wir haben hier das erste Mal diese Resistance, die geformt wird. Der Markt kommt hier zurück. Wir testen den Support einmal, testen ihn hier zweimal und sind dann von hier nach oben stark angekauft worden. Das heißt, wir hatten hier von 7.400 auf 13.000 fast einen 6.000 Dollar Run. Das heißt, dieser Support ist sehr signifikant. Und wenn wir hier nach unten gehen, erwarte ich eine starke Reaktion der Käufer. Und der zweite Support-Bereich, den ich beobachte, ist im Bereich 8.800. Es ist eigentlich ganz simpel, aber wir haben hier eine sehr starke Resistance gehabt, die uns wirklich für einige Tage gekappt hat. Das war das alte High bei 8.800. Das heißt, im Regelfall, wenn der Markt hier nach unten drücken wird oder drücken würde, erwarte ich von diesem Punkt aus Käufer. Aber auch hier kommt wieder das Thema Marktpsychologie im Spiel, denn auf 8.800 warten wirklich extrem viele Leute. Das heißt, es würde mich definitiv nicht wundern, wenn wir bei diesen 8.800 gar nicht den groß erwarteten Bounce sehen und direkt auf diesen 7.000er Support gehen, beziehungsweise 7.400er Support. Das wären kurzfristig vom Tageschart zusammengefasst meine Szenarien. Es ist ja wirklich sehr schwer, das Ganze einzuschätzen, da diese Range jetzt sich schon wirklich seit Ewigkeiten sieht und, wenn wir uns ehrlich sind, seit diesem Bereich sehr, sehr schwer zu analysieren sind. Die Bewegungen sind sehr irrational und auch, wenn euch Leute verkaufen wollen, dass sie in dieser Bewegung sehr, sehr erfolgreich den Markt voraussehen können, ist es im Regelfall nicht der Fall. Wenn ihr auch hier anseht, wie der Markt hier nach unten kommt, dieses Low aus dem Markt nimmt, dann sofort wieder nach oben pumpt, nur um danach direkt wieder abzuverkaufen, da muss man sich fragen, wo denn momentan der Trend ist und was denn momentan die Prämisse hinter diesen Bewegungen ist. Ich bin hier also ganz ehrlich und sage euch, dass ich mit meiner Analyse derzeit im langfristigen Bereich bleibe und kurzfristig relativ wenig analysiere, da es für mich hier einfach wenig Sinn macht, da wie gesagt der Markt so viele unklare Zeichen momentan in den Raum schmeißt, dass es kurzfristig wenig Sinn macht. Und langfristig sieht es dennoch für mich aus, als würden wir diese Lows aus dem Markt nehmen. Denn solange wir wirklich hier unter diesem Bereich bleiben, und dieser Bereich wird jetzt noch ganz wichtig zum Ende des Videos, solange wir noch unter diesem Bereich bleiben, brauchen wir nicht über ein bullisches Szenario reden. Das heißt, wir haben hier konkret zwei Zonen vom Daily Chart, mit denen wir arbeiten können. Wir haben einmal diese Resistance-Zone ganz, ganz einfach, Support und Resistance horizontal, von der bisher immer stark abverkauft wurde. Das heißt, solange wir hier drunter sind, brauchen wir nicht von einem bullischen Szenario ausgehen. Und wir können davon ausgehen, dass wir endlich diesen Run auf diesen Lows sehen, um dann endlich wieder den Umschwung in einen Trendmarkt zu sehen. Solange wir aber in diesem Niemandsland bleiben, Das heißt, in diesem Bereich zwischen diesen 9.200 und 10.200 kann man wirklich nicht viel Aussagen treffen, was den langfristigen Marktverlauf betrifft. Wie gesagt, sollten wir hier drunter brechen, müsst ihr sehr achtsam werden. Ihr müsst schauen, okay, kauft der Markt schnell wieder nach oben. Schaffen wir es, diesen Bereich zu claimen? Und das wäre dann auch ein Szenario, wo man sagen könnte, okay, es ist mir zu unsicher, nach diesem Bruch zu kaufen. Und man muss es ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man nicht das Risiko nehmen will, nach diesem Bruch zu kaufen, dann kriegt man logischerweise im Falle einer Umkehr nicht den besten Preis. Aber man ist auf alle Fälle auf der sicheren Seite, falls es dennoch nicht zu einem schnelleren Aufkauf kommen könnte. Das heißt, sollte der Markt hier unten umherschwören, dann wäre die sichere Variante einfach auf den Bruch darüber zu warten und dann hier wieder einzusteigen. Denn sobald dieser Support reclaimt wurde, wie man so schön sagt, kann man davon ausgehen, dass das hier das Fake-Count war und dass wir endlich bereit sind, wieder höher zu rennen. Und um mich an das Versprechen aus dem Intro zu halten, soll es das für dieses Video auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ein kurzer Ausblick, eine kurze Analyse zu diesem Dreieck, zu dieser generellen Phase, in der wir momentan sind, kompakt zusammengefasst. Wir sind noch im Niemandsland. Ich erwarte ein Szenario, wo wir diese Lows aus dem Markt nehmen, um danach wieder darüber zu schließen. Ich gehe davon aus, dass, sollten wir darunter schließen, ein Fake-Out der Fall sein könnte und wir bei einem eventuellen Schluss über dieser alten Supportzone wieder neue Long-Positionen eröffnen könnten. Bis dahin ist es wirklich ein Niemandsland. Es ist schwierig, hier kurzfristig Aussagen zu treffen, da wir wirklich in keinem Trend sind und da momentan wirklich jeder auf eine Entscheidung in diesem Dreieck wartet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, heute die kompakte Variante. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Chris.